Wenn du mal wieder gelangweilt durch YouTube scrollst, dann HALT STOPP! Hier bei Aktien mit Kopf gibt es jetzt nämlich das Depot-Update, wo ich dir genau zeige, was ich im Oktober alles gekauft und verkauft habe. Und ich werde dir so ein bisschen was zu dem Tesla-Sparplan erzählen, den ich ja im Januar diesen Jahres begonnen habe und wie es da weitergeht und noch vieles mehr. Also schnallt euch an, los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und jetzt geht's direkt los mit der Performance im Oktober 2021. Ich zeige euch den Vergleich zu den Benchmarks DAX, MSCI World und Nasdaq und so weiter und erzähle ein bisschen was auch über den Tesla-Sparplan, den ich im Januar gestartet habe und wie es damit weitergeht. Für die ganzen Leute, die mein ganzes Gelaber nicht hören wollen, was ich ja immer noch dann in diesen Videos hier mit dazugebe, springe ich deswegen jetzt direkt aber erstmal rein in die Performance-Vergleiche und in die Aufstellung. Ihr seht hier oben 1.10.2021 bis 31.10.2021. Es handelt sich also jetzt hier um den Oktober. Diese Software, die ich hier benutze, ja, Portfolio Performance, die seht ihr auch hier unten, so heißt das. Das könnt ihr euch kostenlos bei Google einfach eingeben, runterladen und dann kann man das hier einfach so verwenden. Und ich habe es jetzt auch hier auf meinem iMac installiert, weil ich es einfach hier noch besser wiedergeben kann, als jetzt, wenn ich es immer nur einfach an die Tafel male. Also, springen wir in den Oktober rein. Wir sehen hier, die Performance im Oktober war sehr gut. Gut, also viel besser als in den ganzen letzten Monaten, hat einen natürlich so ein bisschen auch gefreut, weil dadurch wurde mir auch so ein bisschen die Jahresrendite gerettet, die bis dato 2021 mehr als zu wünschen übrig ließ. Dazu aber gleich noch mehr ein paar Kommentare. Insgesamt war das jetzt also ein Plus von 60.500 Euro des Depots im Oktober. Und das ist auch immer einer der Gründe, die ich immer wieder auch mit Leuten, wenn ich zum Beispiel bei einem Bierchen oder irgendwo beim Stand-Up Paddel oder irgendwo sonders im Swingerclub oder wo auch immer spreche, dass ich halt sage, genau das sind die Momente und die Zeiten, wo man nicht sagt, so, ich möchte jetzt umschichten in Dividendenaktien oder ich möchte jetzt irgendwie in Anleihen oder ich möchte jetzt anfangen, das Geld aus der Börse wieder zurückzunehmen und irgendwie rauszunehmen und so. So, ich verstehe nicht, was manche Leute immer denken, sodass man, nur wenn man irgendwann mal 100.000 Euro investiert hat in der Börse, dass es dann schon wieder Zeit ist, das ganze Geld wieder rauszunehmen. Das ist die Zeit, wo es langsam so richtig losgeht, ja. Und was meint ihr, wenn man jetzt irgendwie so ein Depot hat, irgendwann von 10 Millionen, ja, oder von 20 Millionen und man hat dann mal einen richtig guten Monat und macht mal 11 Prozent. Na, könnt ihr ja mal ausrechnen, was das dann bedeutet. Das heißt, die Börse ist nicht dafür da, dass genau dann, wenn der Zinseszins richtig anfängt, auf die großen Beträge zu wirken, dass man dann sagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ja, bin raus. Ne, jetzt schichte ich alles wieder um und mache nur noch irgendwie Party, Halligalli und so. Ne, genau dann geht es erst richtig los, ja. Und deswegen, ja, wollte ich einfach nochmal ein kurzes Statement dazu machen. Aber jetzt springen wir wirklich endlich mal rein hier. Wie gesagt, 11 Prozent ist die Rendite. Als Vergleich zu den Benchmarks sieht man, hier konnte ich echt ein bisschen Boden gut machen. Ich habe jetzt hier immer angezeigt, in grün mein eigenes Depot. Das mache ich seit 2015. Dann hier in lila ist der Nasdaq, in rot ist der DAX und in hellblau ist der MSCI World. Einfach, dass man immer so ein paar Vergleiche hat. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel noch die Gesamtjahres-Performance uns anschauen, dann sehen wir, da hänge ich immer noch hinterher. Das heißt, man sieht jetzt hier der DAX zum Beispiel, der MSCI World hat sehr viel besser abgeschnitten im Jahr 2021 und der Nasdaq ist richtig davon geeilt. Und das hat, obwohl es jetzt im Oktober echt ein bisschen nach vorne mal ging, hat eben auch trotzdem noch zur Folge, dass, wenn wir uns jetzt die Gesamt-Performance anschauen, also seit 2015, zack, der Nasdaq eben doch ziemlich deutlich über meinem Depot ist. Aber, und das ist eben auch ein Punkt in der Beurteilung, wo ich immer wieder, ich will da immer gar nicht zu lange was zu sagen, weil das immer irgendeine Art von Rechtfertigung hat. Jeder, der irgendwie eine Meinung sich bildet, der glaubt sowieso, dass das, was er selber denkt, irgendwie das Richtige ist. Ja, aber ich sage halt immer, es kommt nicht zu jedem gegebenen Zeitpunkt immer drauf an, nur wie man zum Beispiel am Anfang und bis zum Ende jetzt abgeschnitten hat. Weil dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Kolja, du hättest Mitte 2015 hier, wo du damals angefangen hast, einfach in einen Nasdaq ETF investieren können und hättest jetzt eine bessere Performance gehabt als mit deinem Depot. Ja, wenn du jetzt nur diese beiden Zeitpunkte nimmst. Aber ich finde, man muss auch immer die gesamte Betrachtungszeit dazwischen sehen. Ja, also auch zum Beispiel diese ganze Zeit hier zu Beginn, wo das Depot noch deutlich besser war als der Nasdaq und so. Und das ist eben auch ein Punkt, weil im Endeffekt geht es immer um die wirtschaftliche Verfügungsmacht zu einem gegebenen Zeitpunkt. Das ist eine Sache, über die kann man mal ordentlich nachdenken. Da mache ich vielleicht mal ein Video zu, wenn man langfristig über Performance und so weiter spricht. Aber insgesamt bin ich trotzdem nach wie vor zufrieden. Den MSCI World über den gesamten Zeitraum deutlich outperformt. Den DAX sowieso. Von daher werde ich ganz normal einfach weiter meine Aktien kaufen, die ich für richtig empfinde. Schauen wir uns aktuell mal die Bestände an. Ich habe im September ja schon Amazon Position komplett verkauft und in Tesla umgeschichtet. Immer mal wieder auch Tesla zwischendurch nachgekauft und durch eben jetzt unter anderem diesen starken Anstieg nochmal im Oktober macht es jetzt die größte Position aus mit 24 Prozent. Und das ist eben eine Sache, die natürlich dann immer einem auch so ein bisschen zu denken gibt. Und ich habe auch mit ein paar Leuten von euch bei Instagram diskutiert oder auch hin und her geschrieben. Einer hat zum Beispiel neulich gesagt, er hat bis zu 60 Prozent. Felix ja sogar, mit dem ich das Video gemacht habe neulich, sogar noch mehr als 60 Prozent seines ganzen Depots in einer einzelnen Aktie, nämlich in Tesla stecken. Und jetzt ist natürlich immer wieder so die Frage, ab welcher Schwelle, also ab wann ist sozusagen das zu hoch? Und es ist gar nicht so eine einfache Frage, weil eigentlich muss man ja immer sagen, mache ich ein Einzelaktiendepot aus Diversifikationsgründen, wo jede einzelne Position gleich groß sein soll? Ich sage mir immer, wenn ich das mache, dann kann ich auch in ETF investieren. Warum, wenn jetzt sozusagen jede Aktie immer gleich groß sein soll von der Gewichtung her und ich so viel Schiss habe, dass irgendwie mal irgendwie auch bei einer Aktie was passiert, dann sollte ich eigentlich einfach in ETFs investieren. Ist jedenfalls mein Ansatz. Oder ich habe eine sehr breit diversifizierte Dividendenstrategie beispielsweise. Da kann es natürlich auch sehr viel mehr Sinn machen, zum Beispiel nicht einzelne Positionen so stark überzugewichten. Wenn also sozusagen die Gesamtrendite einem nicht so wichtig ist, sondern eher so der Cashflow und so. Ansonsten ist es halt immer so psychologisch alleine schon deswegen schwer, auch große Gewichtungen wieder aufzuteilen, ähnlich auch wie beim Bitcoin und bei anderen. Und wenn man ja im Endeffekt sagt, warum soll ich jetzt den Leistungsträger dafür bestrafen, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat. Wobei ich auch immer wieder sage, Leistungsträger definiert sich ja kurzfristig immer nur dadurch, ob andere Leute eine Aktie kaufen oder verkaufen und nicht, was tatsächlich immer nur im Unternehmen dahinter gerade passiert. Also ich bin auch mit meinen Leistungsträgern Playway und 11-Bit und so durchaus zufrieden, auch wenn es sich das noch nicht im Aktienkurs wiedergespiegelt hat. Aber ich finde, ich gehe mittlerweile ganz anders an dieses Thema heran. Auch jetzt zum Beispiel an jemand gerichtet, der jetzt 60% oder sogar noch mehr in seinem Depot von einer einzigen Aktie hat, dass man immer einfach den Betrag mal nimmt. Wenn ich jetzt hier auf die Vermögensaufstellung raufgehe und dann sehe ich jetzt hier, okay Tesla macht sozusagen 147.000 Euro ist jetzt die Position in meinem Depot. Und das ist natürlich gemessen an der Gesamtsumme auch ein ziemlich hoher Anteil, wie man ja gerade gesehen hat. Und ich stelle mir jetzt immer die Frage nach dem einzelnen Betrag. Und was wäre, wenn jetzt dieser schwarze Schwan kommt? Keine Ahnung, Elon Musk wird von seiner eigenen Rakete oder von einer Blue Origin Rakete irgendwie getroffen. Und Tesla stürzt aufgrund dessen erstmal rapide bergab. Also die würden ja trotzdem deswegen nicht pleite gehen, aber viele würden definitiv eben ihre Aktien dann verkaufen. Und die Aktie würde ordentlich mal eben wahrscheinlich bis zu 50% einbrechen. Easy, ja wahrscheinlich sogar noch mehr. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das ist ein anderer Punkt. Und wie könnte ich denn davon überleben? Würde ich das sozusagen emotional wegstecken können? Ja oder nein? Und ich bin ganz ehrlich, wenn jetzt Tesla 50% meines Depots ausmachen würde, also 300.000 Euro, dann bin ich ganz ehrlich, ich könnte das nicht emotional wegstecken. Weil ein Verlust von 300.000 Euro ist einfach für mich, also das heißt, ich könnte das nicht wegstecken. Natürlich müsste ich das auf irgendeine Art und Weise wegstecken. Würde wahrscheinlich hier rumsitzen und heulen und jede Menge Desperados würde irgendwie fließen, mehr als ich eigentlich sollte. Aber trotzdem müsste ich damit natürlich umgehen. Aber es wäre eben eine Sache, die ich nicht eingehen möchte, wenn ich jetzt Risiko und Rendite gegenüber stelle. Aber eine Position von 147.000 Euro oder auch von 200.000 Euro ist für mich jetzt noch kein Problem. Und das bedeutet, dass ich eben jetzt einfach in den kommenden Monaten wieder mehr schauen werde, welche anderen Werte im Depot finde ich denn sozusagen auch im Vergleich von den ganzen anderen Aktien. Und das ist eben eine Herausforderung, die ich immer wieder habe, wenn ich mir auch sage, so in was soll ich jetzt umschichten? Welche Aktie? Weil ich einfach bei all diesen Aktien, die ich im Depot habe, eben äußerst bullish bin, dass ich halt immer sage, okay, welche muss weichen? Welche ist noch spannender? Und so weiter. Und so, dass ich dann einfach zum Beispiel auch die Biontech-Position oder auch die Facebook-Position, die werde ich wahrscheinlich in Zukunft noch weiter ausbauen, dass die dann einfach erstmal nachziehen und die Gesamtgewichtung eben halt wieder sich so ein bisschen verschiebt. Aber man muss eben auch immer dagegen halten, so who cares about the Gesamtgewichtung? So, wenn dieses Depot jetzt irgendwie eine Million hätte und diese 147.000 Euro weg, dann wären diese 147.000 Euro Verluste ja genau der gleiche Verlust. Versteht ihr, was ich meine? Also das Geld wäre eben weg. Und ob ich dann eben noch ein paar hunderttausend Euro mehr drauf habe oder nicht, das ist halt immer so sehr viel Psychologie auch mit dabei. Und von daher, ich habe keine Lust zu sehr, die Leistungsträger im Depot eben zu bestrafen. Bin mir aber natürlich des Risikos bewusst, dass eben, wenn ein schwarzer Aschwan eben eine einzelne Akte trifft, dann eben natürlich es sein kann, dass auch ein hoher Geldbetrag weg ist. Aber dem steht natürlich das potenzielle Renditepotenzial immer gegenüber. Und deswegen sage ich immer, es ist einfach sehr individuell und man muss einfach gucken, wie komme ich mit einem potenziellen Verlust davon klar. Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Sparplan über. Was Amazon und Tesla betrifft, da, das wird glaube ich ganz interessant, werde ich mit Michael demnächst mal einen kleinen Podcast-Video machen, wo er so ein bisschen so die bullische Position von Amazon einnimmt und ich die von Tesla. Und wir werden so ein bisschen so Pro und Contra machen, so ähnlich wie wir es damals auch bei Facebook und Tencent gemacht haben. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf diesen, wie gesagt, Sparplan ein und ich werde einfach mal so ein kleines Fazit auch dazu ziehen. Dieses Jahr ist ja jetzt bald auch rum, wie es dann eben auch weitergeht. Weil natürlich auch man sich jetzt immer wieder fragt, okay, was ist jetzt, wenn ich jetzt mal nicht in den Monat reingehe von Oktober, sondern jetzt wir gucken, okay, was ist denn jetzt heute passiert? Heute ist der, also das ist jetzt hier heute der 1. November, wo ich das Video aufnehme. Morgen ist dann schon der 2. November, wo ihr das Video seht. Und dann sehe ich hier, okay, Tesla ist schon wieder irgendwie, jetzt bald bei 1000 Euro pro Aktie. Und wie geht es weiter? Wie würde ich, und das ist ja die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie würde ich denn jetzt da rangehen, wenn ich Tesla noch nicht im Depot hätte? Würde ich jetzt auf die Korrektur warten? Würde ich jetzt sozusagen alles auf einmal investieren? Oder würde ich einen Sparplan machen? Und diese Faktoren werden ja immer wieder auch bestimmt, nicht nur durch die Frage, ob ich einen Sparplan mache oder ob ich eine Einmalposition aufbaue, sondern wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und hier sieht es so aus, dass bei mir, also die mit Abstand größte Investition in diesem Jahr war nicht Tesla, sondern die Investition in mein eigenes Unternehmen. Ich habe nämlich Aktien, wenn ihr so wollt, von meiner eigenen Firma gekauft. Und zwar insgesamt im Wert von 300.000 Euro. Und ich werde auch noch in den nächsten Jahren weiterhin Anteile da zurückkaufen, bis ich zu 100% meine eigene Firma sozusagen besitze. Und das ist nun mal so, dass das natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, ein Cash-Drain hat, um es positiv zu formulieren. Und ich eben immer auch diese Frage habe, wie kann ich jetzt noch wo an der Börse investieren und wo ist noch Geld zur Verfügung? Und deswegen, ob man jetzt einen Sparplan irgendwo macht, hat nicht immer nur was mit Rendite zu tun, sondern auch, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Und deswegen teilt man ja das Geld auf. Das ist ja bei jedem, der einen ETF-Sparplan oder einen Einzelaktie-Sparplan hat, nicht groß anders. Und deswegen einfach mal eben so 150.000 in Tesla zu investieren oder so, das kann auch ich nicht, weil auch ich eben für mein Geld eben arbeiten muss zwischendurch und eben nicht alles immer auf einmal zur Verfügung steht. So, jetzt erst mal genug dazu. Kommen wir jetzt mal zurück zum eigentlichen Sparplan. Hier sehen wir immer in grün die einzelnen Kaufpunkte. 12.1. ging das Ganze los bei einem Kurs von 700 Euro. Da war ja Tesla eigentlich, kann man sagen, so am All-Time-High. Und das ist, finde ich, schon hier so ein interessanter Punkt, weil viele sagen ja auch immer so, never buy at an All-Time-High. Das ist zum Beispiel ein Spruch, den ich für komplett bescheuert finde, weil ich mir immer sage, es kommt doch immer auf das Unternehmen an sich an. Wie sind deine Zukunftsaussichten, deine Prognosen? Wie sehr hast du das Geschäftsmodell dir angeschaut und so? Und wenn dann die Zukunft äußerst rosig aussieht, dann würdest du doch nicht sagen, ey, ich kaufe jetzt nicht, weil die gerade am All-Time-High sind, sondern es ist immer nur der aktuelle Zeitpunkt wichtig und nicht, was davor alles passiert ist. Das, was davor passiert ist, ist höchstens noch ein Zeugnis für dich, um zu sehen, wie das Management und das Unternehmen vorher gearbeitet hat und operativ tätig war. Aber ich finde diesen Spruch einfach, never buy at an All-Time-High, einfach schwachsinnig. Und trotzdem habe ich hier halt eben dann diesen Sparplan gestartet mit insgesamt sieben Aktien. Und dann ging das halt eben so weiter, so Monat für Monat hier. Das war dann im Februar, acht Aktien gekauft am 10. Februar für 674 Euro je Aktie. Dann hier ging es dann langsam richtig bergab mit der Tesla-Aktie. Hier war sie nur noch auf 560 Euro. Da habe ich dann auch wieder acht Stück gekauft. Und dann ging es hier so ein bisschen wieder hoch am 12.04. Auch wieder acht Stück. Also diese 5000 Euro haben immer nur so für acht Stück gereicht. Und dann ging es hier nochmal auf das absolute Low diesen Jahres auf 495 Euro. Da habe ich dann auf einmal schon zehn Stück für bekommen. Und das ist halt genau dieser Durchschnittskosteneffekt, den man eben erreichen möchte mit einem Sparplan. Und man muss aber immer hier sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sich nur diesen Zeitraum Q1 2021 bis Q3, also das erste Halbjahr anschaut, ist sozusagen genau das, warum man eigentlich einen Sparplan macht am Anfang eingetreten, was man irgendwie prognostizieren wollte oder wovon ich ausgegangen bin. Weil hätte ich jetzt alles hier investiert bei 600 oder 700 Euro, dann wäre ich natürlich jetzt erstmal bis hier komplett im Minus gewesen. Bis jetzt hier eigentlich so Mitte Oktober. Und hätte jetzt auch keine so gute Gesamtrendite gemacht. Aber das ist natürlich immer so, hinterher ist man immer schlauer. Es hätte natürlich genauso gut sein können, dass Tesla ab diesem Zeitpunkt hier immer höher steigt und die nie wieder diesen Punkt hier erreichen. Das weiß man immer eher hinterher nicht. Und deswegen ist es bei einem Einstieg, wenn man noch keine Position hat, finde ich immer über den Sparplan optimal. Aber je länger sowas natürlich läuft, desto unwichtiger wird im Endeffekt dieser Sparplan. Weil bei einer Position von 150.000 Euro, da macht die 5.000 Euro eben keinen großen Durchschnittskosteneffekt mehr aus. Wo es hier eben noch einen hohen Einfluss hat, aber jetzt mittlerweile ist einfach die Sparplanrate zu klein und ich müsste im Endeffekt die Sparplanrate immer weiter nach oben skalieren, damit es noch diesen Durchschnittskosteneffekt kriegen würde und ich bei einer Korrektur eben entsprechend viele Anteile aufschnappen könnte. Das ist halt eben immer eine Sache. Und deswegen sage ich immer, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, weil eine Aktie sehr gut gelaufen ist und man möchte einfach aber erstmal so einen Fuß in die Tür kriegen, ist mein Einstieg immer so ein Sparplan eigentlich wunderbar. Und dann ging es halt hier weiter und ging es mal ein bisschen wieder nach oben. Dann hier 8 Stück erworben. Dann habe ich mal zwischendurch auch ein paar mehr gekauft. Wie ihr seht hier im August 17 Stück. Dann Ende August nochmal 8 Stück. Dann im September ging es weiter hier. Das war dann der Amazon-Verkauf, wo natürlich Kapital freigeworben ist, wo ich ungeschichtet habe. Und dann jetzt hier im Oktober auch nochmal, wo ich unter anderem auch nochmal Biontech verkauft habe, gekauft habe, meine ich, und eben Tesla auch nochmal nachgekauft habe. Soviel jetzt zu diesem Sparplan. Hier bin ich mir jetzt, wie gesagt, die Frage stelle, wie es jetzt erstmal weitergeht. Ich glaube tatsächlich, dass Tesla reif für eine Korrektur zwischendurch ist. Und deswegen ist es auch meiner Meinung, wenn ich jetzt mir die Frage stelle, würde ich jetzt nochmal investieren, würde ich jetzt genau so wieder weitermachen. Also auch wieder einfach ganz normal mit einem Sparplan anfangen und dann einfach nach und nach in dieses Unternehmen investieren. Ja, soviel erstmal dazu. Jetzt gibt es dann immer noch der Hinweis auf GetQuinn, wo ihr natürlich auch eure eigenen Depots, wenn ihr sie neben Portfolio Performance Mobile anschauen wollt, nutzen könnt. Und ich muss sagen, ich habe da echt ein paar Hausaufgaben noch zu tun, weil ich sehe schon 3.400 Follower. Vielen Dank dafür. Ihr könnt hier unter diesem Video mir dort folgen. Aber wenn ich mir auch die Fragen und so weiter anschaue, sehe ich halt einfach, dass viele Leute jetzt sich wundern, was ist da mit Tesla und dem Sparplan. Ich habe halt einfach noch ein paar Hausaufgaben zu tun und muss dort das noch einpflegen. Aber ja, Zeit, Zeit, Zeit. Ich habe halt auch immer nicht für alles so viel Zeit. Deswegen, das werde ich mir aber unbedingt vornehmen, noch diese Woche zu machen, damit es eben dort auch wirklich das aktuelle Depot widerspiegelt. Und ansonsten, das hatte ich ja die letzten beiden Male leider vergessen zu sagen, auch mal wieder etwas zum Wikifolio zu sagen. Das Wikifolio ist dieses Jahr auch wieder richtig ins Negative gerutscht. Eben genau, weil die ganzen Gaming-Aktien natürlich underperformed haben, den Markt und einen Verlust gemacht haben. Und durch, wenn ich jetzt das Portfolio mir anschaue, ja, Evolution Gaming ist sehr, sehr, sehr stark insgesamt. Aber viele andere Aktien, CD-Projekt, auch Paradox Interactive oder auch Play Magnus, Creepy Jar sind halt eben alle im Minus. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, was soll man jetzt da machen? Und gerade bei Wikifolio sind ja viele Anleger auch immer so sehr stark irgendwie so auf kurzfristige Performance ausgelegt. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die dort Wikifolios aufgelegt haben. Und die sagen schon, dass sie sehr, sehr stark darauf achten, dass die Performance nicht durch einzelne Werte irgendwie auch nach unten gezogen wird temporär, weil das eben auch dann damit zu tun hat, wie viel die Leute investieren. Ich sage aber ganz klar, das ist nicht so wirklich mein Ansatz, weil ich bin nicht irgendwie wirtschaftlich abhängig davon, dass mein Wikifolio sehr gut zu jedem Zeitpunkt performt, sondern ich bin einfach ein langfristiger Investor und das ist eben meine Strategie. Und ich werde trotzdem weiterhin an diesen Aktien definitiv festhalten in diesem Wikifolio und werde es weiterhin durchziehen. Und es ist natürlich immer so ein bisschen schade, wenn man sagt jetzt, okay, nach einem Jahr, wo das läuft, hat man jetzt genau, ja, ist man bei plus minus null. Also hat einmal den Dirk Muller sozusagen gemacht. Ist natürlich dann blöd an dieser Stelle. Aber so ist eben das Leben. Und ich habe immer meine Strategie weiter durchgezogen, auch wenn es halt eben mal ein Jahr oder so nicht so gut lief. Und darum geht es für mich meiner Meinung nach an der Börse. Und das sage ich immer halt auch in diesen Depot-Updates immer mit dazu, dass egal, ob es gut oder schlecht läuft, ich poste halt immer hier alles öffentlich. Und das war es eben auch dann fürs heutige Video. Falls ihr noch Fragen habt irgendwie, dann haut sie mir gerne hier unten mit rein. Wie gesagt, ich habe euch all das ganze, das Depot hier genau gezeigt. Wenn ihr da auch in Zukunft mehr folgen wollt, könnt ihr, wie gesagt, euch noch bei GetQuin kostenlos anmelden. Und ansonsten hier, das ist dieses Tool, also Portfolio Performance ist auch kostenlos downloadbar. Das ist schon natürlich der Wahnsinn, was man heutzutage alles kostenlos auch hier immer bekommt. Vielen Dank auch für die ganzen Nachrichten von all den ganzen Leuten, die mir immer schreiben, dass sie vor fünf oder vor sechs Jahren irgendwann angefangen haben, diese Videos zu gucken. Und jetzt irgendwie täglich kriege ich jetzt Nachrichten, wo jemand sagt, hey, ich habe gar nicht bis 30 gebraucht, sondern ich bin erst 27 und habe trotzdem schon die 100.000 Euro erreicht für ein Vermögen. Und so, das finde ich einfach der Wahnsinn. Und ich finde, darauf kann man einfach in Zukunft mehr noch aufbauen. Und dann sehen wir euch, oder sehe ich euch beim nächsten Depot-Update. Bis dann, rationale Grüße. Ciao, ciao.